Hallo, heute stellen wir euch den Outel Batterietester BT506 vor. Der BT506 ist das perfekte Ergänzungstool zu eurem Diagnosegerät. Ja, ihr könnt nämlich nicht nur dann mit eurem Diagnosegerät Diagnosefunktionen durchführen, sondern auch die Batterie testen. Korrekt. Hier ist die Möglichkeit Kaltstart und Reservefähigkeit der Batterien zu prüfen. Ja, und ich kann die Batterie prüfen im Fahrzeug sowie außerhalb vom Fahrzeug. Auf die Kapazitäten einzugehen, haben wir hier die Möglichkeit 6 und 12 Volt Batterien zu prüfen im Bereich zwischen 100 und 2000 CCA. Des weiteren können wir 12 und 24 Volt Ladesysteme prüfen und von den Batterietypen geht fast alles. Das heißt, wir haben einmal Nass Batterie, wir haben die EFB Batterien, AGM Batterien, aber auch Gelbatterien sind möglich. Ja, und es ist nicht nur kompatibel mit den Diagnosegeräten, sondern zum Beispiel auch mit dem Outel RDKS Gerät. Hier haben wir jetzt ein MS-909. Das heißt, hier sieht man auch schon direkt den Batterietest. Hier haben wir unseren Icon dafür. Hier neben dran liegt unser Batterietester. Das heißt, hier müssen wir nochmal rüber gehen in unseren VCI Manager. Hier sehen wir dann, dass er die Verbindung sucht, unsere Bluetooth-Verbindung. Jetzt klemmen wir einmal das Gerät an. Hier gehen wir jetzt auf den Batterietest-Icon, drücken drauf, Auswahl zwischen internen und externen Test. Wir gehen hier über den internen Test, entschlüsseln. Das heißt, hier haben wir einmal unsere Fahrgestellnummer. Hier können wir nochmal erweitern auf den Fahrzeugtyp sogar. Das heißt, einmal Commercial Vehicle, das ist die Transporter, 2019er Baujahr. So, hier unten habt ihr jetzt noch den Benefit. Wir können auch nochmal den Batterieort prüfen. Das heißt, manchmal weiß man ja gar nicht, wo genau sitzt jetzt meine Batterie. Das gibt es hier auch nochmal ein paar kleine Hinweise dazu. Hier oben haben wir unsere Batteriekapazität schon eingestellt von der AGM-Batterie, die verbaut ist. Drücken jetzt hier auf Weiter. Hier werden wir noch drei Sachen abgefragt, ob alles Zubehör aus ist, ob die Zündung aus ist und natürlich, ob alle Fahrzeugtüren geschlossen sind. Hier drücken wir dann jetzt auf Prüfung starten. Warum machen wir eine Prüfung? Warum ist das auch im Diagnosegerät integriert? Es ist ja nie verkehrt zu wissen, ob ihr auch beim Diagnosevorgang, wenn ihr jetzt hergeht und sagt, wir machen eine größere Prüfung oder eine größere Fehlersuche, was kann meine Batterie noch, was für eine Kapazität haben wir. Hier sehen wir jetzt SOH, das ist immer mein Gesundheitszustand. Das heißt, 100% haben wir hier. SOC ist mein Ladezustand, 59%. Das wäre für mich jetzt schon ein Indiz, einfach mal auf jeden Fall, bevor ich starte, ein Ladegerät anzuschließen. Hier unten sehen wir die Kapazitäten. Temperatur ist auch immer ganz wichtig, um zu wissen, was haben wir für Temperaturen, das heißt, was für Werte sehen wir da. Hier oben seht ihr nochmal die anderen zwei Reiter, Starter, Generator. Das heißt, wenn wir jetzt auf Fortfahren drücken, könnten wir einen Startertest oder einen Generatortest machen. Oder wenn ihr sagt, mir reicht schon, dass ich weiß, was kann die Batterie, könnte ich hier unten direkt auf Bericht gehen und den kann ich mir dann auch gerne schicken per PDF, also per E-Mail an meinen Drucker schicken, dass ich was in der Mappe habe, dass ich sagen kann, was den Zustand hatte der vorher. Wenn wir jetzt auf Fortfahren drücken, hier nochmal wäre ausgeschaltet, das, was ich eben sagte, euch mit dem Startertest. Und jetzt wird man hier schön durchgeführt vom Starter bis zum Generatortest. Hier haben wir unseren externen Test. Hier gehen wir nochmal ein, das heißt, hier suchen wir einfach mal unsere Leistungen der Batterie raus. Die können wir auf der Batterie ablesen. BT506 haben wir schon angeschlossen. In dem Fall haben wir eine AGM-Batterie. Hier gehen wir einfach ganz einfach rein, drücken die Prüfung starten. Hier wird die Prüfung direkt durchgeführt. Natürlich können wir hier jetzt keinen, wie eben, was wir gemacht haben, Startort-Generatortest machen. Und hier sehen wir Batterie ersetzen, das heißt, die Batterie ist auf jeden Fall defekt. Ladezustand sind 98 Prozent. Basiert darauf, weil wir sie eben nochmal probiert haben zu laden. Aber hier, die ganzen Werte sprechen dafür, dass wir die Batterie entsorgen können. Beim Bericht gehen wir jetzt mal kurz drauf. Das heißt, hier hätten wir nochmal unseren Bericht mit den ganzen Daten dabei. Einmal speichern, das wäre auf dem Gerät. Hier könntet ihr hergehen und könntet direkt im Datenmanager das auch nochmal rausholen, drucken bei eurer WLAN-Drucker oder auch über E-Mail, wenn ihr sie eingerichtet habt zuvor, könnt ihr sie auch direkt über E-Mail verschicken. Jetzt habt ihr den Batterietester BT506 in der Anwendung gesehen, eine optimale Ergänzung zu allen Diagnosegeräten. Alles weitere, was ihr wissen müsst, findet ihr in unserem Beschreibungstext oder natürlich auch in unserer Outheld-Groschüre. Und nicht vergessen, abonniert unseren Kanal.